mal testen ob der salat gut ist jetzt schnudelt da nur das wasser ab hallo der war schon in der salatschleuder aber noch nicht wir brauchen keine salatschleuder die julie die macht uns den trocken ist das lecker das muss auch wenig salat schleudern bitteschön guck man geht gucken man geht gucken hallo nicht ausräumen das ist unser salat oder nicht nicht mal wieder rein also haben wir quasi eine lebende salatschleuder hallo soll ich mal drehen dann ist die auch trocken das ist wasser zum sauber machen vom salat und nicht zum saufen guck ganz klasse geht auch so bisch bisch guck wir waschen den dann noch mal meine güte ja mein wand schaut aus wie im schwimmbad cool lebende salatschleuder inklusive geplustert und für alle die die jetzt wieder meinen sonik jenisch unser problem aber nicht in die spüle ich mach dir gleich einen kam du ist eine trula du willst eine trula kommen bevor du hier noch reinfällst und ersäufst а